Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARC 24-7 Speed PvP auf der Valguero-Map. Oh ja, da sehe ich mich wieder rattert, der Bess, da sehe ich mich richtig drinnen. Ich habe kein Spyglass dabei, Mann, das ist ja. Oh, ich gehe rein. Good luck. Roll da. Yo, 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 sah gut aus. Geht. Okay, let's go, second try. Oh. Äh, duck. Ja, ich sehe es. Ich komme nicht weg. Ja, du machst die Türen super. Geht, nice. Machst du immer, anscheinend kommst du nicht dran, weil du, die hättest du hippen müssen gerade. Ja. Cool strike, oder? Ja. Okay, dann machen wir, dann bringe ich ein Mail, ein Steemail, aber das ist halt auch gar nicht full live, ne? Schatz. Ja. Ja. Du willst nicht so viel auf einmal, so. Äh, wer hat denn hier am meisten Leben von euch? 2.000 von 4.000? 2.000 von 8.000? Äh, da kommt ein Pete angeflogen in die Base. Okay. Schreiben. Schreiben ab. Äh, Cryo, den einbringen, bitte schon mal, den einen Strike jetzt. Das ist halt ohne Madboost. Wo ist er denn? 220er? Ja. Wo ist er, ist er da reingeflogen? Ja, das sah so aus. Also es hat ein Pete hinter der Base fliegen sehen. Ich hatte halt gerade den Ventar offen, aber... Ja, der kann ja nicht gelandet sein, ne? Guck mal weiter, ja? Ja, Cryo, einfach, äh, machen wir weiter. Er schießt der, der lässt der, der lässt der, warte mal. Der vor der Linke schießt, oder? Ja, aber der kann doch nicht einfach vorrennen, oder? Nein, nein, ich bin dran. Er rennt schon, er rennt schon. Ja, passt, ist offen. Also, wird jetzt offen sein. Ich Cryo den Strike wieder. Ja. Du, 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 wap, wap, wap. Mach auf, die Sau. Okay, direkt. Jenny mit weg. Oh, hier sind Gamer. Hä? Er ist AFK, er steht hier einfach. Oh, das ist, das ist fies. Das ist schade. Cryo-Pots, also ich check grad nur die Player. Die haben halt Equip, haben die dabei, alle. Oh, Peef. Was? Oh, Griffins, Ice und Peets. Ein High-Level-Griffin und Peets. C4, geil, Peets. Ohne Ende, Peets. Strike, warte mal. Nice. Ah, der Strike ist scheiße, aber egal. Ah, egal, wird mitgenommen, aber Griffins auch, ist gut. Also, der ist zwar nicht mega krass, aber der ist 161 oder so gewesen. Oh, hier, ein Pracer. 20.000 Leben hat der. C4 auch nochmal. Uh, Turret-Amo wie Sau hier. Geil. Krass, Alter. Das ist ein Whip-BP. Ice, war Profit. Triple Pistol BP, halt schlecht, aber ist okay. Ja, rein damit, rein damit. Nach dem Raid haben Neon und ich erstmal noch schnell die Superforge bis zum Anschlag aufgefüllt. Und ich werde jetzt auch gleich die Eisweavern großziehen, wessen Ei wir bei dem einen kleinen Raid im Operation-Gebiet in der letzten Folge erbeugen konnten. Geht noch? Ja, na klar. Achso, läuft. Der Parachute war gut. Wenn der in die Dinger reinglitscht, in die Airconditioner, ist das scheiße. Hast du, oder hast du ihn da vorgelegt, weil eigentlich kannst du ihn da vorgelegt. Naja, ich hab ihn da vorgelegt. Naja, den schon, war nur ein Solo-Link. 9.400 HP, 500 Stamina, 220 Damage. 900 HP ist, äh, 9.000 HP. 9.400 HP ist, glaub ich, krass. Das ist übel krass, ja. Wow. Der Raid hat sich wirklich gelohnt. Der Trage hat übrigens 34 Punkte in HP. So, Warren's Care in 3 Sekunden. Bitte Kadel. Oh, ich hab noch ein Wibli-P. Schade. Guter Seite. Nope. Meine Schweine müssten jetzt langsam mal schlüpfen. Ich hab mich auch freck gelasert worden, ey. Los. Nope. Hey, ich hab bei dem Trage immer noch, dass er mit mir laufen will. Laufen ist scheiße, ne? Laufen ist scheiße. Ja, aber wir können ihn ja gleich mal für dich droppen. Nein, ich steck jetzt durch den Arsch im Flügel. Nope. Boah. Cryo, der hasst dich. Hahaha. Oh. Nope. Er will immer noch laufen. Ich werfe mit Schwung und dann... Nope. Ja. Boom. Hä? Alles andere ist, glaub ich, verboten. Nope. Hier, Metal. Er will Milch. Okay, das ändert sich auf jeden Fall. Gut, jetzt schon mal her, warte mal. Hahaha. Er ist ja bei 27,1. Ja. Na, jetzt den ultimativen Cuddle Throw. Okay? Ja. Oh, guck mal, wir können uns hören. Nicht die Schluchtrunde. Pass auf, wir stellen uns hier auf. Riem, du musst hier hin. Kannst du bitte in die Richtung mehr. Was machst du? Du musst dich erst mal hier hinstellen. Es war nur ein Leck. Es war nur ein Leck. Kannst du bitte in die Richtung... Ich hab eh noch Cooldown. Du guckst kacke, guck bitte zu den Schweins. Ich muss jetzt hier hinstellen. So, guck mal hier. Jetzt hier. Jetzt haben wir uns so aufgereiht, dass unsere Schilde zeigen, wer der Geilste ist. Mhm. Guckst! Alter! Nein, der will Beinwand nicht! Und wie du echt jetzt das Ding noch an Neon abgeprallt ist und bei einer wäre der wirklich unten gelandet. Nein. Mit Bande? Kuscheln, easy. Ja! Mit Bande, Junge. Nice! Hier ist der Cryopod. Und das jetzt noch dreimal. Yay! Und? Nicht Cryon! Was tust du? Nope! Cryon, Cryon, Cryon! Cryon, Cryon! Cryon! Wir gehen in die Korps. Ja. Na. Nope! Ein Packen! Packen, packen, packen! Alter! So, um das Ganze mal etwas abzukürzen. Wir haben die Weaver noch auf 75% im Print bekommen und dann war sie leider auch schon ausgewachsen. Da sind die Weaver bei mir. Wo? Über dem See, wo Battle Royale. Naja, beim Renobi oder was? Ja. Ich bin unterwegs. Chaset mich jetzt, glaube ich. Ja, ist okay. Einfach, du bist schneller als die. Einfach da so ein bisschen in der Area bleiben. Ich bin fast da. Ich shotgunne die aus dem Leben dann. Einfach nur aufpassen, dass du nicht gepickt wirst oder nicht abgefackelt. Ist da ein Spieler drauf? Ist ja eigentlich. Ja, ich muss nochmal Stamina laden. Ich bin neben dem grünen Obi jetzt. Ich sehe den Weaver. Ich weiß ja nicht, ob da einer drauf sitzt, ne? Aber lass einfach killen. Ich glaube nicht. Doch, sitzt. Ja? Ja. Ich hab's halt nicht erkannt, oder? Sieht durch, glaube ich. Aber wir können hinterher. Ja. Ich hab Flammenattacke gemacht. Das ist ein Holzbänder, by the way. Ja, ist nice. Weiter. Ich will zum grünen Obi rein. Äh. Hier wohnen neue Leute drin. Hier wohnen wieder neue Leute drin. Warte mal. Ich wollte gerade vom Parasons detecten. Ja, ja, hier wohnen welche. Also sie sind hier eingezogen anscheinend. Ich guck mal kurz. Boah, yo, da sind Turrets. Aber die können wir soaken. Ja, da haben wir doch was. Yo, hier können wir perfekt mit dem Trike soaken. Das ist richtig gut. Da würde ich dann vielleicht sogar Turrets mitnehmen und ne Fop aufstellen hier. Sind das die vom letzten Mal? Ne, das ist Sarkasm. Äh, keine Ahnung. Ah, das ist Holzfäller. Nein, ist nicht. Doch, die Spikes sind von Holzfäller. Äh, toll. Ey, das ist wirklich Holz. Die wohnen, doch, das ist Holzfäller. Die wohnen jetzt hier. Für die, die es nicht mehr wissen, wer Holzfäller war. Holzfäller waren die hier. Der hat C4 dabei, Achtung. Oh! Mein Kiefer C4 dran. Oh, Mann. Du bist ja gerade alleine. Ich bin gewohnt. Ich bin gewohnt. Ja. Oh Gott, Lanzer. Und ja, sollte klar sein, dass wir mit denen noch ein Hühnchen zu rupfen haben. Ja, warst du mich bitte? Wo bist du? Wir sind hier hinten auf der anderen Seite. Ja, ich baue die hier. Guck, hier, wo ich jetzt stehe, kann ich die setzen. Ja, dann bau. Ist, glaube ich, gut, oder? Da kommt ein Pete. Ja, ja. Er ist sie, Achtung. Ich will mich picken. Ja, ja. Er ist gewohlt. Er ist nicht, ja, Pete ist gewohlt. Du hast mich halt die ganze Zeit geblockt, aber ist okay, wir haben den Pete. Du müsst aufpassen, dass ich wirklich nicht sprengen komme, ne? Ja. Kommt einer raus, einer ist hier vorne. Mit grappelt, mit grappelt. Vorsicht, direkt hier vorne. Ja, lass dich nicht grappeln. Pete steht. Ja, in der Höhle. Okay, Stereo-Tee, äh, Tüo-Tee. Okay, nice. Dann könnte ich hier um die Ecke stehen, irgendwo. Ja, pass auf, da ist er. Er ist ja gelaufen. Okay. Haltet die Axt bereit, ne? Ja, er ist reingerannt, hat zugemacht. Good point, Alter. Ich hau Barsi raus. Pack ab, den. Mach das. Soll ich zurückgehen, Tame-Foolen? Soll ich machen. Check den S, ich flex erst mal mit dem Barsi. Ey, der hat mit seinem Pete aber nicht die Vogue-Tracks gesehen, ne? Die unsichtbaren. War noch nicht unsichtbar, oder? Doch, ich schon. Ja, moin. Haha, wir haben nicht. Ja, aber... Ja, ja, ich sop. Toll. Äh? Hast du nicht geschossen? Ja. Oh. Jetzt wieder Eibig-Rabbeln, vorsichtig, er ist vorne rechts. Ja, ja. Alter, das Strike. Alter, das ist doch unverfolgt, irgendwie mal. Der fackelt das Strike. Äh, der grappelt das Strike, glaube ich. Hatte schon mal gekriegt. Cryopod, maybe? Haben wir einen Cryopod? Ja, ja, ja. Ich habe eins, weil ich Cryon? Nein, ich will den verhalten. Äh, wie ist von einem mit auf den raus? Achtung. Ob der Strike top? Ne, ne. Der ist vorne, links mit Pete. Hängt der dran mit dem Grappelt noch an? Ich merke es hier, oder? Lol, die machen hier eigentlich voll rechts kaputt. Was? Das Triwit, die, äh, unser Triwits schießen die Rockets ab. Oh no, ey, die place'n Gate. Prost. Okay. Ja. Komm. Da gerade wieder neue Foundations nach. Ja, hier müssen doch irgendwo noch welche sein. Vielleicht unten beim Wasserfall oder so? Nein. Das ist ein Kremmer. Das ist ein Kremmer. Pakete? Ja. Fang. Wo ist der? Ich hoffe, ich mache die auch nicht. Rechts. Pete, Pete. Wo ist das? Aufpassen? Oh, die haben Homing Rockets. Ja, das ist egal. Die sitzen sich drauf. Entschuldigung. Der Pete macht den Hammerkauf. Halt ihn ab. Ja. Der wollte sich picken, aber da ist gar keine... Pete ist down. Ist der? Hammer dead? Ja. Nice. Ja, der Name passt. Warte, ich kriege ihn, ich pull ihn raus. Spieler Kopfschuss. Hinter der Foundation. Ja, ja. Ich bring den Tri-Cuts weg. Hab den Buddy von ihm. Nice. Hatte der vielleicht was nicht kommt? Das wusste ich bei der Hand, warte. Ja, und ich hab vorher gern die Metal-Found-Dations. Das ist Ehre. Take-off. Oh ja, die Metal-Found-Dations hab ich mir geschnappt. Nochmal gehittet? Wo ist denn da einer? Hinter der Foundation an die Feuerfall in der Kumpandert hat. Hier vorne hinter der Foundation. Der ist jetzt wieder in die Base reingerannt. Okay. Der Schwein ist leer. Ich bin tot. Kann jemand den Tri-Cuts bitte nach hinten rufen? Schnell. Das mach. Aufsetzen und einfach nach hinten gehen. Du kriegst wahrscheinlich ein paar Hits, aber geh einfach nach hinten. Ah, da kommt eine Rakete. Vorsicht. Spring ab, wenn du weit bist. Spring einfach ab. Okay. Einfach nur schnell den All-of-Torrid-Range. Ja, ja. Der Tri-Cuts. Ja. Ja. Ich hab jetzt einen Timer an. Ich kann da Betten platzieren. Haben wir schon hier Betten? Nee. Ja, schön aufs Bike sehen. Ja, schießt mich runter, Kollege vom Stege. Komm, das schaffst du bestimmt. Wenn du ganz fest dran raufst, dann schaffst du das. Das geht? Aua. Okay, ich hol jetzt noch eine Fog, wenn's geht. Wenn wir die Mautze dafür haben. Bring einfach unten ein bisschen Long-Nag-Money noch mit. Ja, ja. In den Notfall-Tunen ist Long-Nag-Money noch drin. Oh, da ist die Ego noch grad drin. Der macht da grad nach. Was ist das? Jo. Wow, jetzt ist die reingerannt. Die Ene. Die Base. Okay. Ich geh rein. Ich so. Die, 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 die. Äh, wo sind die? Naja, die werden wahrscheinlich erst mal gegen die Ene kämpfen. Gressplay kommt wieder. Ja, warte. Dann, äh. Bleib. Was runter? Läu. Ja, die Fruits. Guck mal auf, den zu schießen, Alter. Ich mach mal aussehen. Ich stoff, der Typ. Ja. Hä? Der sitzt, der saß nicht drauf. Der saß draus. Okay. Der kann, der sitzt den anderen. Der zog jetzt weiter gleich, ne? Ich hab's Turret ausgemacht. Ich mach's einfach gleich wieder an. Also. Jetzt kannst du den mitnehmen. Er ist nackt oben rum. Raketen. Und der eine. Turret. Ja, Turret. Dann. Turret. Ey, Junge. Nicht in die Turrets reinpusten. Das ist verboten. Leer von mir, Mann. Das ist voll. Guck mal. Ich hab mich in die Turrets. Der will sich auf mich draufschirm, mich reinpusten. Irgendwie sowas, ja. Mach Gäuble. Ich hab noch Blenzett. Warte mal, ich werfe nochmal. Er ist runter. Äh. Warte, ich seh ihn nicht. Er ist drauf, er ist drauf. Der mit. Ich hab's so... Es ist so dumm gerade. So, er wird gleich mal an. Ich hab's geimprinted nehmen. Ah, Gott. Ich bin gleich wieder nach Front umpatschen. Gleich wieder, Achtung. Ich bin die ganze Zeit noch mit Turret an und... Ich hab's aktiviert, ne? Ja, ja. Das ist wichtig. Hab den Headshot gegeben. Nice. Wie gesagt, das ist... Das Turret, wir dürfen das nicht verlieren, die Fop vorne. Die Spawnen sich, sonst verlieren wir wieder den Proverse, den wir hatten. Ich komm um die Ecke gehüpft, wie so ein Maschinengewehr, ne? Turret. Turret war an. Ist er gestorben? Ich glaub, der ist gestorben. Ne, er lebt. Da geht. Gut. Da wär ich aber auch abhauen, Kollege. Liegt da nicht ne Leiche? Ne. Ich hab's überlegt. Piet. Äh, da ist ein Piet, glaub ich, da hinten. Ja, da ist ein Piet. Wo? Da hinten. Hat nen Hit. Haut ab. Hä? Wo war der denn? Ich hab grad nen Shot bekommen, da, da fliegt er da. Da oben. Aus Hausländer, das ist uns raus. Ob der draufschießt, Alter, mit eigenen Albers. Zwei Turrets geschockt. Okay. Ne, auf go. Auf go. Also drei, zwei, eins, go. Okay, alles klar. Drei, zwei, eins, go. Drei, zwei, eins, go. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ready? Ja. Go. Abgeschossen? Ja. Seht ihr den, Jenny? Up, Jenny, down. Nice. Ich spreng alle Crafting Stations. Was? Wir haben komplett Zeit, dreh dich mal um. Ja, nice. Perfekt. Dann können wir nur den Garsback, der Garsback hat vielleicht noch Stuff, ne, aber whatever. Der Raid war also erfolgreich, wobei man hier noch dazu sagen muss, es war schon etwas später gewesen und die Holzfäller sind mitten im Raid offline gegangen. Trotzdem haben wir mehrere Stunden gebraucht, um die Base aufzumachen, weil die Dudes quasi die komplette Surferzeit damit zugebracht haben, Turret Money zu craften. Dazu kommt auch noch, dass unser Raid Equipment, also die Trikes sowie die Sättel, noch sehr, sehr, sehr schlecht waren. Genauso rennen wir auch immer noch mit primitiver Ausrüstung rum. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die es bald zu ändern gilt. Ich würde ganz gerne im Nachhinein noch einen Kommentar abgeben. Hat's hat's? Ich hätte nicht die Themen sollen, um die Bukin zu fahren. Ja, da weißt du, was du morgen machen kannst, ne? Juhu. Das war's jetzt mit diesem Video gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und über Feedback freue ich mich natürlich auch immer, gerade jetzt bei diesem aufwändigen Videos. Ich bin immer super gespannt, was ihr dazu zu schreiben habt und aktuell auch höchst erfreut über das doch sehr, 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 sehr positive Feedback in den letzten Videos. Das motiviert auf jeden Fall, damit weiterzumachen. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Euer Pi. Ba ein Lust auf falou. Ich bin immer Five Number,offs fotografier, die Initial für Morgen auf geht es gutawaiza d cliente. Kommt das Kunden vorher ankommert. wird Finallyicک-Griff von improbant dar, zu. Tschüss. Tschüss.